Wir wissen alle, was heute Morgen passiert ist. Ich weiß nicht, was dieser Scheiße zu tun wird. Also willst du die Dinger-Belle ringen, um ein Hörter von Walkern zu zeigen? Wie ist das besser? Denn dieses Ort wird Chaos, wenn das Ding erläutert. Niemand wird uns keine Ahnung bezahlen. Und das ist, wenn wir gehen. Das ist unsere Öffnung. Wir müssen nur einen Weg finden, um ihn zu uns zu ziehen. Hm. Das ist sinnvoll. Wer weiß, wann das wird? Es gab eine Frau in Crawford, die die Kirche-Belle, um die Walkern über die Stadt zu senden. Wir brauchen nur etwas wirklich laut. War auf jeden Fall... die war auch cool. Die war richtig cool. Deswegen finde ich die Kollegin da hinten so super. Er hat mich ein bisschen an sie und das war ein cooler Charakter. Ich habe das Gefühl, wenn wir rauskommen, die Arbeit zu gehen. Troy ist immer nach einer von ihnen. Ich habe die Kontrolle. Sie sind in der Karver. Sie ist richtig. Es ist alles Kontrolle in der Karver. Es gibt eine Werteilung, die sie aufzuhören. Wie Sie wissen, das? Ich habe viele Anwaltungen gemacht. Ich habe es auf einmal aufgerufen, aber es ist nicht so viel bei der Zeit, um es zu hören. Es war ziemlich laut, aber... Das ist perfekt. Wir müssen einfach ins Büch. Warum hast du nicht etwas später gesagt? Weil es nichts ändert. Es ist nicht eine Diskussion darüber, wie man es tun soll. Es ist eine Diskussion darüber, ob es dumm ist. Und es ist immer noch dumm. Die sensibende Sache ist, dass Luke das Radio bekommen und wartet für eine Öffnung. Du bist manchmal wirklich schwierig zu tun. Kenny, nein. Das ist okay. Ich habe auch nicht genau einen Peech. Luke ist in keinem Form, um uns zu helfen. Du willst unsere Feucht in dem Manns Hände legen? Das ist nicht passiert. Warum können wir beide tun? Selbst wenn wir die Hände zu uns bringen, ist es wahrscheinlich gut für Luke, um uns zu erzählen, woher sie kommen. Du weißt, was? Okay, ich kann da hinterher kommen. Okay, also wir bekommen das Teech-Radio. Er hat uns auf dem Hände gelegt. Wir fangen das Peech-A-Titel an und bringen die Walkers, um diesen Ort anzuhalten. Und dann was? Wir holen ein paar Schäden und schießen unseren Weg raus. Ich weiß nicht. Alles, was wir können. Wir improvisieren. Dann ist das kein Plan. Du planst nicht, um improvisieren. Ich habe herausgefunden, was du willst. Das ist ein Punkt. Ja. 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 Ich bin da gegen die Hände. Gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass sie extrem cool ist, einfach. Probably. So, das heißt, ich soll abnehmen. All right, then. Ich hoffe doch. Let's rope it. Okay. Seed safe house. Grab the ladder. Sehr gut. Holy shit. Ja. Die Erde ist näher dran, als ich dachte. Wow. Das sieht definitiv nicht gut aus. Jesus. Ich dachte, die wären auch keine Ahnung. Luke hat ja gemeint, die sind auch im Süden. Deswegen dachte ich, das wäre noch meilenweit entfernt. Aber die sind verdammt nah schon. Okay. Tactical Espionage. Action. Ich glaube, die Skylights hier links können wir nicht benutzen. Ich glaube nicht, dass die Skylights da hinten eine extrem gute Idee sind. Vor allem, weil der Gart da eben direkt ist. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir die Skylights hier. Das sieht besser aus. Kommen wir da in den Stockroom? Vielleicht. Ich würde sagen, vielleicht offen lassen, damit wir da rauskommen. Ich glaube, da kommen wir auch so raus. Okay. Wo ist die Kollegin? Oh, da. Okay. Okay. Ich glaube, die sind da draußen, einfach nur... ...moaning. Das ist das, was sie machen. Das ist verrückt. Das ist wirklich unnerving. Ich weiß, was du sagst. Ich weiß, was du sagst. Ich weiß, dass wir das jetzt nicht verwendet sind. Ich würde das nicht verwendet. Ich habe nie verwendet, ob ein Lichter oder was. Es ist ein bisschen anders, wenn es die Menschen, die Menschen umgekehrt sind. Ich gebe dir das. Also, was du machst? Bis zum nächsten Mal? Bill möchte ich anfangen, um diese Bay-Dur zu fixieren. Ist das, weil du da unten bist? Okay. Yep. Was passiert mit dem wiederum? Pfff... Prisoners, eh? Ja, take it, take it, take it, take it, take it, take it. Jesus, really? We repurposed a lot of shit to get this place built. I can't say for sure if we even had the materials before we started expanding. Okay, 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 don't fuck it up, don't fuck it up. Get up! Vince? Vince? He'll flip. What are you thinking? You know what? I'm just gonna tell them. I'm not letting someone else get blamed for this. That's bullshit. Vince! Vince, come on! Vince! Okay, jetzt haben wir, glaube ich, alle von... Ich weiß nicht mehr, wie viele Tage es waren. 300, 400 oder 500 Days auf jeden Fall gesehen. 500. Pssst. Sicher? Wir sind besser in den Bett. Troy wird noch ein Minute zurück. Well? Ich hab ihn. Auf den Boden fahren. Stay where you are. No need, draw and suspicion. That was so cool. Thank you, Clem. I told you you probably wouldn't die. Nice job. Thanks. Yeah? Jane! Okay, alles klar. Jane! Get some rest. That's my girl. Und für all diejenigen übrigens... I thought about Duck today. About his dumb little face. First things that come to mind are always the dumb things he was doing. Kid was always running in circles. Every damn place he went, he just run. He couldn't stop him. Makes it harder to remember. He was a good boy. All diejenigen, die Season 2 schon gespielt haben, werden genau wissen, was die letzte Entscheidung ist. Und wie ich sie ausführen werde. Mittlerweile, mit meinen Kommentaren. Ich verrate noch nichts für diejenigen, die es zum ersten Mal sehen. Aber ich sag schon mal so viel. Jane's my girl. Was wohl nicht so ganz möglich sein würde, ey? Time to get up. Daylight burnin. They let you sleep in, all things consider. Where's my dad? He's where the rest of you are going. To work. Rebecca, Nick, Sarah, Jane. If you gotta take a piss, do it now. The next break won't be for a while. Troy will be coming up for the rest of you. Watches them. Like I said, Troy's coming for the rest of you. Okay. Kennt Jane, äh, Luke? Ich weiß gar nicht. Logo. Wäre halt echt gut, wenn wir vorher wissen, wer, wo, wer, wo hin muss. Eben. Okay. I'm sorry, Mike, but I don't know you from fucking Adam, all right? And if I'm trusting someone to do something this important, I'm trusting her. Kenny's right. I should do it. Don't do something stupid just to get some respect. She doesn't need your respect. Give me the radio. All right, little chickens. Let's get to pecking. All right. I don't think today's gonna be like yesterday. No way. No shenanigans. This rooster's gonna be surveilling your ass every second of the day, you hear? Got that? I'm afraid I need an answer, girl. I heard you, okay? Good. Come on. Oh, you have your pockets all out. Good shit. Gonna get your tags all snagged on something. That's... Let's go. Hey, she's with me? Oh, shit. I almost forgot. Yeah. Well, take her then. I don't care. Wait, wait. What's going on? Never mind. Just chores of a different sort. Come on, city mouse. Can't you cut her a break? She'd really rather keep with us, people she knows. Won't they need my help? Well, today I need it more. Come on. Fuck it up again, Bonnie. Fuck it up again. I just wanted to make sure you were all right. I didn't believe you when you told me about Reggie. I ran and found Bill once I left you. Figured even if he had done it, he'd make up some sort of excuse. But Bill was just so matter-of-fact about it. Like he'd pulled up a weed or something. Like it had to be done. And that was just one of those moments, when your blood runs cold. Goose-pimple up and down your arm. Because it turns out the person you thought you knew, was never there. Wir reden hier über Carver. You look anxious, Clementine. Something the matter? You know you can talk to me, right? Nee. I was dishonest when I first met you. But I swear on everything holy that'll never happen again. Bonnie, I'd rather be around people that I trust. I can understand, you're uncomfortable. I won't force you to be around me if you don't want to. Go on, back out and be with Kenny. Bitte schön. Ich trau ihr keine fucking Sekunde. Fuck that. What? You should get going. Bill don't like idle hands. Zag derjenige, der sich hier gegen ne Palette lehnt. What the fuck? Y'all better hurry that shit up. I hate babysitting you assholes.